Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir spielen heute You Have 10 Seconds. Du hast 10 Sekunden. Ich dachte eigentlich, dass ich dieses Spiel schon längst irgendwann mal aufgenommen hätte. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Beide Teile kann man kostenlos auf Steam spielen. Und es gibt insgesamt 40 Level, die wohl, anhand von dem Namen schließe ich das jetzt einfach mal, nur 10 Sekunden lang gehen. Mal schauen, ob ich für die einzelnen Level wirklich nur 10 Sekunden brauche oder mehrmals versagen werde, ob ich das auch durchspiele. Ich weiß es nicht. Start Game. Also man ist hier dieses Ding und muss zur Tür. Das ist wirklich simpel. Man kann springen. Und es wird schon hier ganz schön laut. Ich muss irgendwann mal kurz meine Kopfhörer leiser stellen. Mir blowt das hier schon vollkommen die Ears weg. So, hier muss man so einen extra geilen Sprung machen. Ich darf natürlich nicht an diese stachelartigen Dinger ran. Das könnte, das wird bestimmt, das wird nicht gut, wenn ich da landen würde. Mann, ist das laut. Ich muss das irgendwie runterstellen. Ich weiß nicht, wie ich muss hier irgendwie, ich komme nicht ans Kabel ran. Oh, jetzt ist es auch noch umgekehrt hier. Kann ich irgendwie pausieren? Ich habe das Spiel beendet. Aber alles, keine Panik auf der Titanic. Direkt neu gestartet. Zweiter Versuch. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nur anhand meiner eigenen Unfähigkeit, habe ich versagt. Jetzt kann ich das aber, jetzt weiß ich ja direkt, wie es funktioniert so. Also wusste ich ja von Anfang an. Die Musik ist auch gar nicht mal so schlecht, aber sie ist nur wirklich, sie ist very, very loud geworden. So, hier bin ich stehen geblieben. Das habe ich schnell wieder hingeschafft. Komme ich hier denn? Wie komme ich denn? Ach hier, warte mal. Ah, da muss ich on the edge landen, oder wie? Ich sterbe gar nicht, wenn ich da rangehe. Ich dachte immer, man stirbt da. Warum sterbe ich da nicht? Jetzt bin ich Game Over. Das wird bestimmt auch absolut kein Rage-Kandidat. Ich sehe das absolut nicht kommen, dass mich dieses Spiel auf irgendeine Art und Weise aufregen könnte. Nee und nimmer, das wird gar nicht passieren. Nein. 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 Ich darf also hier, ich darf hier ran. Das ist völlig egal, das ist Hintergrund-Deko. Ich dachte, das wären irgendwelche Stacheln, an denen ich sterben würde. Das macht das ja alles noch viel einfacher. Das sind nur irgendwelche Ranken. Voll die Verarsche, Alter. Oh, super. Fertig. Hier wird man dann irgendwie so wieder zurückgeschickt, oder man wird bewegt. Aha. Das ist ja eigentlich noch lock-krisi, was hier alles abgeht. Aber doch mal wieder so ein Rage-Stampel-Man zu spielen, das ist schon was, das ist schon was Gutes. Da hat man, hat man seine Freude mit... Hä? Wieso... Achso, die Sekunden sind umgegangen. Die Sekunden können ja auch umgehen, die habe ich völlig vergessen. Dass ich nach wie vor jedes Level in 10 Sekunden erledigen muss. Jump twice, ich habe einen Double-Jump bekommen. Kann ich das jetzt durchgehen? Area number one, cleared. War jetzt gar nicht so schwierig. Es gab nur am Anfang kleine Schwierigkeiten hier und da. Das kann mal passieren. Ich trinke ein Gläsel Wasser. Immer wenn es Schwierigkeiten gibt, ein Schluck Wasser ist eine gute... Nach Area number one folgt Area number two. Mit anderer Musik. Das ist ja, das ist ja, das ist ja dramatic. Ich habe jetzt auch den Doppelsprung, den kann ich jetzt durchgehend benutzen. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Hier gibt es noch irgendwelche geilen Teleportation-Dings. Die teleportieren dich herum. Boah, jetzt gibt es ja noch Teleporter, ey. Die teleportieren dich überall hin, wo du hin möchtest. Und ich lande auch andauernd drin. Ich muss hier direkt... Gegensteuern. Dann schnappe ich mir... Ich will das Leben. Schnappe ich mir das Leben und noch in die Türe rein. Da darf ich nicht mehr springen, da muss ich einfach runterfallen. So, einfach runterfallen und dann kann ich hier nämlich reinspringen. Und komme hoffentlich noch rechtzeitig bei der Türe an. Very good, ey. Das war dumm. War es das jetzt? Bin ich Game Over schon wieder? Ne, ich habe noch null Leben. Jetzt bin ich Game Over. Nice! Also, es wird wirklich so ein bisschen noch Trial and Error. Ich werde nicht alles... Wer hätte denn damit auch gerechnet? Auf Anhieb hinbekommen. Das ist alles noch easy. Hier gab es dann irgendwann Probleme. Aber auch nur, weil ich mich nicht konzentriert habe. Das ist es eigentlich immer. Konzentration, Leute. Müsst ihr immer daran denken. Ist eine der wichtigsten, hart und soft Skills zugleich. Okay, hier muss ich jetzt meinen Sprung genau zeigen. Ich muss genau aufpassen, dass ich nicht in den Stacheln drin lande. Aber es ist alles, ey. Es ist wirklich... Es gibt hin und wieder gibt es Level. Da sage ich ja. Da kann man ein Problem mit haben. Aber wenn man sich konzentriert und sich fokussiert auf der Seite von Leben, dann wird das schon was. Ich darf jetzt natürlich nur nicht swim underwater. Och ja, geil. Natürlich, so wie jedes tolle Jump'n'Run gibt es dann natürlich noch schön Unterwasserlevel jetzt gleich oben drauf. Bestimmt das komplette dritte Areal mit voll. Finde ich aber gut gemacht, dass man am Ende von jeder großen Welt ein Power-Up mit dazu bekommt, mit dem es dann in die nächste Welt geht. Ja, guck, Unterwasserlevel. Wer hätte denn damit gerechnet? Drowning. Aber die Mucke ist gut, ey. Da fühle ich mich so ein bisschen Disco hier, Disco da. Ah, das passt schon. Das geht in Ordnung, ey. Gib mir die geilen Moves. Hier, das nehme ich mit. Wieso bin ich gestorben? Achso, guck mal. Da unten sind noch Stacheln. Ich wollte nämlich einfach das Leben mitnehmen. Dann lasse ich das Leben da, wo es ist. Ich brauche das Leben nicht. Mir ist das egal. Okay, man muss aufpassen. Man muss hier aufpassen. Man muss ganz langsam. Ich bin voll drin in dem Game. Ich habe nur noch drei Sekunden für das Level hier. Das wird wahrscheinlich nichts mehr, weil ich... Ja. Nice. Ich hatte keine Lieben mehr. Konzentrate it, white again. Konzentrate it, white again. Konzentrate it, white again. Konzentrate it, konzentrate it. Konzentrate it, white again. Konzentrate it, white again. Sagst du der Haushälterin, sie soll mir bitte nachher nochmal ein extra großes Glaswasser hinstellen. Versuch Nummer 2563. Konzentrate it, white again. Ich habe einen Ohrwurm von meinem eigenen gesingelt. Oh, nice. Nice, Leute. Oh, da bin ich weitergekommen. Drei von acht habe ich fertig. Okay, wie komme ich hier jetzt? Das war gut. Das war schön. Ich darf jetzt nicht versagen. Ich darf jetzt nicht versagen, ey. Das wäre so bitter. Ich muss es jetzt unbedingt schaffen. Das ist 3, 10. Ich habe den Magnet bekommen. B to use. Okay, ich komme hier runter. Ich habe es geschafft. Oder? Ja, Area number 3 ist gecleared. Also mit nach unten drücken oder mit B kann ich jetzt die Magneten benutzen und mich davon anziehen lassen. Es gibt nur noch eine einzige Area, die ich machen muss. Concentrate it, white again. Bisschen Herausforderung, da habe ich kein Problem mit. So, ey, der Magnet ist nice. Der Magnet ist sexy. Mit dem Magneten kann ich was anfangen. Aber jetzt müssen eben alle Fertigkeiten benutzt werden, die man so bekommen hat. Und man wird wohl auch erst langsam rausfinden müssen, wie die Level funktionieren. Also hier muss ich jetzt, wenn ich so hoch gehe, weil man sieht gar nicht den richtigen, also man springt zu hart ab im Wasser. Man hat so keine, ich möchte leicht, ich habe es geschafft. Ich sage gar nichts mehr. Man hat so keine, ich will nur leicht schwimmen Funktion, nenne ich es jetzt mal. So, oh. Oh, knappe Angelegenheit, aber hat funktioniert. Nach wie vor muss man dran denken, man hat nur zwei, nicht zwei, zehn Sekunden. Das heißt, you have ten seconds, nicht. Oh, ey, das Wasser ist echt das Übelste, wie in fast jedem Jump'n'Run. Wasser ist einfach immer scheiße. Da braucht man einfach gar nicht anders drüber talken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, geschafft. Vier von neun. Warum wird denn das jetzt hier wieder so einfach zum Ende hin? Also irgendwas ist da ein bisschen komisch. Hier habe ich jetzt plötzlich fünf, okay, hier habe ich jetzt 50 Sekunden. Das ist wohl das finale Level, anders kann ich es mir nicht erklären. Zum Glück habe ich das, wow. Und das ist gar nicht so einfach. Hat jetzt zum Glück alles funktioniert hier. 35 Sekunden noch. Und jetzt wird es auch noch, oh, jetzt wird es auch noch umgedreht, ey. Ihr seid doch, ihr seid doch verröh. Okay, Portal, alles gut. Magnet, ich habe noch 20 Sekunden über. Hier geht es wieder runter, oh, nö. Ich habe es geschafft. Obwohl das am Ende einer meiner absoluten Hass-Wasserpassagen war. Ich bin durch. Das ist wirklich ein nices, kleines Game. Also absolut für Umme. Man zahlt nicht mal was für. Hat da dann irgendwie so 15, 20 Minuten seinen Spaß mit. Hat gute Musik. Und auch ein bisschen Rage-Faktor mit dabei. Ich bin überzeugt. Es gibt noch einen zweiten Teil. Wenn ihr wollt, dass ich diesen spiele, dann teilt mir das in Form von Bewertungen und Kommentaren mit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, tschüttl und reingehauen.